Ausdauer, Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer, einen Punkt, nächster Punkt, Level 16, na gut. Okay, jetzt aber, wen befragen wir denn zuerst? Wir haben hier einmal die Groschenschenke mit der Prostituierten. Und den Buchmacher und den Wirt. Und hier ist die Elster. Gut, dann gehen wir doch zuerst in die Groschenschenke und befragen dort die drei Jungs und Mädels, wenn ich jetzt wüsste, wie man dort reinkommt. Befragen wir die drei Jungs und Mädels zu den Ausschweifungen, die die Kardinälin sich so in ihrem Keller gefallen lässt. Äh, Herr Wirt, was weißt du von Lieferungen von gutem Alkohol? Kann ich dir was bekommen? Ja, guter Alkohol. Guter Alkohol. Ja, guter Alkohol. Well, ein Steward, of course. Don't you know how things work? Eine Frau? Dressed in a long green cloak? No, the Steward is more discreet. On the other hand, the person in the big green coat. The Steward speaks to her sometimes. They know each other all work together. So, so. Äh, was weißt du über die Kardinälin? Die sauft sich doch sicher gern mal mit ein paar hübschen Männern und Frauen einen rein, oder? Do you think that the Mother Cardinal may have ever been here? Haha, are you drunk or something? Okay. What can you tell me about a certain candy cane? Candy cane? Everyone speaks about him, or has heard of him, but no one really knows him. And what do they say about him? Here? Nothing. You need to go downstairs for that sort of thing. To the games room and the brothel? Yes, that's more the kind of place where they talk about him. I have to go. I will leave you to your work. Gut. Äh, Bordell und Game. Die sind ja immer hier unten. Ja, sieh mal. Also, wo ist die Prostituierte? Okay, fragen wir mal den. Kampforganisator. Welcome. You here to wager, to fight? Nee. Zuckerstange. I imagine that the name Candy Cane rings a bell. Obviously. Even though I would prefer it wasn't the case. He's a sort of... Organizer. He captures most of the beasts who fight in the arena. How is that a problem? Apparently, he's fixed a few fights. These kind of rumors aren't good for my business. If that's the case, why don't you stop him? He has friends. Protectors. Without solid evidence, no one will lift a finger. And the only ones who wanted to speak of his cartel, have disappeared. Do you know where I can find him? He hangs out around the port at night, but I strongly advise you to stay away from the guy. I know how to look after myself. Thanks for the information. Gut, jetzt haben wir einen Weg, um die Zuckerstange kennenzulernen. Has the mother cardinal ever come here to play Spence? The mother cardinal? And why not St. Matthias himself while you're at here? Gut, dann halt nicht. I must be going. Next time then. Jo, next time then. Geht's hier zu den Nutten. A feast for the eyes, ladies and gentlemen. And it's free. So, have you found what you were looking for? Let's just say that I'm gathering information. My treasures are worth their price. I promise you, that you will get your money's worth. For you? I'm sure we can make a special arrangement. Here you are. Thank you, my lord. I'll let you take your pick. So, jetzt muss ich ihn dir natürlich fragen. So, jetzt muss ich ihn dir natürlich fragen. I have no desire to answer your questions. That doesn't fall within my services. Very well. Goodbye. Mm-hmm. Found an idea. There are too many of you for me alone, my little lambs. Sorry, madam. But we're here to ask other favors of you. This question might seem a little surprising, but do you know who this earring might belong to? Why? It's mine. I lost it when... How did you get hold of it? Are you sure you want to broach that subject here? You're right. Come with me. Well? What do you want? Why are you giving me back my earring? You know where we found it, don't you? Obviously. I realized, as soon as I got back, that I'd lost it. I imagine your pimp does not know that you take part in these parties. He doesn't dabble in this at all. No. Do not say anything to him. I beg you. He's on my case enough as it is. Then I suggest you answer my questions. What would you like to know? Hmm. Über den Veranstalteranwesenheit... Teilnehmer der Feier. Ja, sag mal. Riche Leute, oder besser. Sie seemed very rich and important to me. But I don't know them. Okay. Do you know, who organizes these parties? Not really, no. A Steward pays me when I go, but I don't see anyone else. Apart from the clients. You can't even give me a single name. No. The only person who sometimes speaks to this steward is a woman who is always wearing a green coat. She never takes part in the... festivities. But the steward rushes over whenever she arrives. Do you think that... an important person from Teleme could have partaken in these... soirees? You're thinking of Mother Cardinal, aren't you? You lot really think we are a bunch of degenerates. You're hardly a shining example of virtue, my child. Just answer our questions. Sorry, Father. I don't know the Mother Cardinal. But I strongly doubt she dabbles in that. You don't think you could recognize her and you don't think you've crossed paths. What a testimony. Charisma. 75. Must do not know more than you're letting on. It's virtually impossible not to recognize someone while being so close to these influential people. Wouldn't you agree? Well... I was able to recognize someone. Once. Even with a mask on, I'm good at recognizing my clients. Please continue. I'm all ears. I don't want to implicate anyone. But he is of no real importance. And you've probably never even heard of him. It's the local money lender. I know very well who you're referring to, my dear. But I didn't mention anything to you. Huh? This stays between us. I don't even remember the subject of this conversation anymore. This woman in the green coat. Could you tell me about her? She always hides her face and never joins us. Then she disappears into a little office and locks the door. I see. She is quite important then. Do you know someone who goes by the name of Candy Cane? Everyone does. He is a powerful person. So his name makes the rounds. Have you ever spotted him at these pleasure parties? In all honesty. I wouldn't even be able to recognize him. I've heard his name before, but that's all. Thank you for your help. Be sure not to mention this to anyone. I'd lose my clients if they suspected me of speaking about them, you know. Gut. Gut. Dann haben wir das erledigt. Dann gehen wir jetzt zum Geldleier. Oder warten wir... Ne, bis abends warten. Das können wir, nachdem wir mit dem Geldleier, mit dem... Mit dem, äh... Wie hieß er? Elster, glaube ich, war es. Genau. Nachdem wir mit der Elster gesprochen haben, können wir dann... Auf, äh... Auf, äh... Den, 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 den... Äh... Auf den Abend warten, damit wir vielleicht den... Candyman... Den Candyman antreffen. Ach, den Buchmacher. Habe ich ganz vergessen. Sieh mal. Wo ist der Buchmacher denn? Hier drin ist er nicht. Na toll. Was ist das denn? Ich frage den Wirt. Das haben wir doch schon gemacht. Der Buchmacher ist im Untergeschoss. Den Wirt haben wir doch schon befragt. Kommt das Ding jetzt nicht mit der Reihenfolge zurecht, wenn ich hier irgendwie durcheinander befrage oder was? So. Wer von denen ist der Buchmacher? Ist das der? Ja. Ist irgendetwas... Ja, 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 das, das, das haben wir schon. Ja, ja, ja. Hat er es jetzt abgehakt? Okay, ich habe keine Ahnung, was, äh, was mit dem hier los ist. Also, ich glaube, da hätten wir wirklich, hätten wir da jetzt wirklich Reihenfolge? Befrage den Wirt. Den haben wir doch schon befragt. Was soll der Blödsinn? Ah, das jetzt ist, sowas ist jetzt auch wieder nervig. Also, gehen wir hier hin. Sowas ist nervig. Also, weil, bin mir halt nicht sicher, ob die Quest jetzt halt weitergeht oder ob wir dann wenigstens die, äh, XP eingesackt kriegen oder was auch immer. Also, müsste man gucken. Das wäre jetzt sehr nervig, wenn, nur weil wir da jetzt falsch markiert haben. Hm. Sehen wir mal. Ja, klar. Ich habe ein kleines Wirt zu fragen. Du hast nicht, wie du von mir brauchst. Ich werde direkt zu dem Punkt. Ich habe bad news für dich. Ich weiß, dass die... die decadent Partys in der Paläse... Ich weiß, dass du teilhabenst. Was? Aber... Was bist du? Warum spricht er so, als hätte er seine Nase zugehalten? Er hält seine Nase zu, Zuckerstange über die Mutter. Das war lange vor. Na, der Geld kommt von überall. Tell me about Candy Cane. Wir sind nicht nahe, wenn du das wissen willst. Ich weiß nur seine Nase, wie alle anderen. Ich meine, es gibt einige Räume. Sie sagen, er macht seine Arbeit in der Basement der Coin Tavern. Was ist ein Kind? Oh, nichts zu tun mit meiner Art. Er macht in Arena-Fights. Das wäre für mich. Ich würde dir empfehlen, dass du das alles zu dir selbst behalten würdest. Ich will keine Probleme. Ich werde so schlussend wie eine Stein. Gut. Ist ja auch wohl in seinem eigenen Interesse, dass da jetzt hier nicht die Leute anfangen zu reden. Befrage den Wirt. Na toll, sollen wir jetzt nochmal zum Wirt, oder wie? Na gut, gehen wir nochmal zum Wirt. Weil ich habe gemerkt, als wir zuallererst den Wirt befragt haben. Halt, nee, hier lang geht's, glaube ich, hoffe ich. Ich habe gemerkt, als wir zuallererst den Wirt befragt haben, da kam ja diese Frau in einem langen grünen Umhang vor. Ich habe gemerkt, als wir zuallererst den Wirt befragt haben, da kam ja diese Frau in einem langen grünen Umhang vor. Ich habe gemerkt, als wir zuallererst den Wirt befragt haben. Ich habe gemerkt, als wir zuallererst den Wirt befragt haben. Ich habe gemerkt, als wir zuallererst den Wirt befragt haben. Vielen Dank.